Ja, guten Morgen, guten Abend, was wir auch immer haben. Hier geht's nur nochmal darum, dass klar die Verdrehung da ist, dass das Rechte sich dann als Opfer dahin stellt, obwohl es eigentlich Täter ist. Eben bringt das Rechte uns Gewalt in verschiedenen Formen, egal ob verbal, körperlich oder eben auch psychisch. Ja, und, ähm, oder eben auch unter anderem Waffengewalt. Ähm, das Rechte ist halt das Problem, ja, und das Asoziale eben in unserem System, in unserem Netzwerk hier, und auch eben, ja, in der Gesellschaft. Und es hat sich eben auch stark ausgebreitet. Ja, wir haben ein Recht, wir haben ein Rechtes Gesellschaftsbild. Ähm, weil die meisten rumschweigen. Ja, das sieht man auch immer wieder, auch eben, ähm, Internet spiegelt es sich ja wieder, ja. Es ist eigentlich ein Spiegel der Gesellschaft, die wir haben. Und ich kann hier irgendwo nochmal sagen, ehe wieder Leute kommen mit, ich betitle sie als Nazi oder etc. Leute, wenn ich sage, ihr habt scheißrechtes Verhalten, scheiß asoziales Verhalten gegen andere Menschen, ihr stellt euch über Menschen, ihr... Irgendwie denunziert sie, trampelt auf ihre Rechte rum, auf ihre Würde rum, ja, dann seid ihr scheiße, ja. Und, ähm, das hat nichts gleich mit Nazi zu tun, ja. Einer blinden, rechtsradikalen Ideologiefolgen. Oder eben auch, ähm, nichts mit Deutsch zu tun. Ja, ich wiederhole es hier nur nochmal ein. Ausländer aus irgendeinem anderen Land, egal ob es Türkei ist, ob es Russland ist, ob es, ja, keine Ahnung, ja, Hawaii ist oder was weiß ich, ja, eine Insel oder sowas. Ähm, es ist scheißegal, es können überall Leute geben, die eben ein asoziales Verhalten an den Tag legen und das kann auch eben ein rechtes Verhalten sein, ja. Dabei geht es nicht um die Nationalität, nicht um den Glauben, nicht um die Hautfarbe, ja. Sondern darum, wie man sich als Mensch verhält, das ist alles. Ja, und, ähm, ihr bringt eben eure Gewalt, eure Lügen zu uns, ja, zu uns anderen Menschen, sozialen Menschen. Und erwartet dann, dass wir das Schlucken, ja, linke und rechte Wange hinhalten und uns von euch treten lassen und, äh, eure Gewalt über uns, ähm, ja, tolerieren. Ja, und das ist Bullshit. Ja, und wenn man dagegen redet, so wie ich es auch tue, gegen eure sinnlose Gewalt, gegen eure Lügen, gegen eure Hetze, gegen eure Verdrehung. Ja, dann kommt ihr sogar mit Drohungen, mit Anwalt und mit, ähm, Polizei, obwohl ihr es selber seid, die vorher, ähm, sogar Drohungen ausgesprochen haben oder entweder die seid, die, ähm, sowas decken. Die eben rechtes decken, asoziales Verhalten und eben, ähm, sogar Gewaltaussagen gegen anderes decken, ja, schützen. Und ihr seid, was ihr tut, nichts anderes. Und in dem Moment, wie ihr eine Position ergreift, seid ihr das auch. Ja, wenn ihr eine Position ergreift und rechtes und asoziales Verhalten deckt, wenn ihr deckt, dass Menschen andere Menschen, ja, angreifen können, dass sie sie, ähm, verhetzen können, diskriminieren und dennoch noch ihre Lügen verbreiten, und bis hin zur, auch, Gewaltdrohung, ja, dann ist es euer Hass, den ihr als Gemeinschaft dort vertretet. Euer Hass gegen anderes, euer Hass, ja, gegen Behinderung, was ihr unter anderem geäußert habt, euer Hass gegen sonst was. Im Grunde ist es eigentlich nur Neid, den ihr habt, und ihr könnt ein Leid tun. Ich kann nur nochmal sagen, dass ich hier reagiere, eben auf das Bild, was die Gesellschaft ergibt, in der, ich reagiere auf die Gewalt, die ihr uns bringt, ja, eure Lügen, eure Hetze, eure Verdrehung, euer ganzer Scheiß, ja, und darauf reagiere ich, und das zu gutem Recht. Ja, und dazu habe ich ein gutes Recht. Ich habe nicht nur ein gutes Recht, ich habe sogar eine Pflicht dazu. Ich habe eine soziale Bildungspflicht. Ja, die haben wir alle. Ja, und gerade eben Lehrer, Eltern und Erziehungsberechtige haben diese Pflicht, das oft weiter zu fördern und weiterzugeben. Ja, und ihr habt einen Schaden, wenn ihr meint, ja, dass ihr irgendwo euer rechtes und asoziales Verhalten durchhetzen dürft gegen anderes. Und eben auch, ähm, wenn ihr dann noch meint, ja, Gesetz und Anwalt holen zu müssen, nur weil man gegen euch reagiert und euch sagt, was ihr eigentlich für Scheiße seid, ja. Ja, wenn ich rechte, asoziale, schlampige Scheiße als rechte, asoziale, schlampige Titel, kann es nur nochmal sagen, dann könnt ihr gerne zur Polizei gehen, könnt ihr gerne zum Anwalt gehen, wo tue ich was Unrechtes oder Falsches, ja. Sondern ich benenne nur etwas so, wie es ist. Und diese Gesellschaft hat ein großes Problem, ein großes Problem mit sich selber, ein großes Problem zu sich zu stehen und eben auch ein großes Problem Soziales überhaupt zu verstehen. Weil wir eben Bildungslücken haben. Ja, und daran sind die Eltern schuld, daran sind die Lehrer schuld und die Erziehungsberechtigten, dass wir eben eine, ja, Lücke haben sozusagen an sozialen Bildung und sozialem Verständnis. Und das muss sich wieder ändern, ehe wir weitergucken können, neue Blicke haben. Und es passiert nur noch Lächerliches, ob es nun Trump ist in der Welt oder eben AfD ist oder sonst was, DVU, NPD und der ganze Kack, ähm, es ist lächerlich, ja. Damit zeigt ihr nur als Gesellschaft geschlossen eure Dummheit, dass ihr nichts anderes verdient habt als diesen Scheiß, ja. Und, ähm, wir anderen, wir kündigen es dafür, die ihr immer angreift und die ihr mit eurer Scheiße überhäuft. Und wir werden uns wehren. Und, ähm, wir haben uns, wir müssen uns freundern.